Dieses Messer hat jede arabische oder türkische Familie zutreffend. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal alleine, wie ihr sehen könnt. Der Omar, der hat das leider nicht geschafft. Um 13 Uhr hier zu sein. Wir haben jetzt 14 Uhr, Viertel nach zwei. Und der ist immer noch nicht da. Deswegen fange ich jetzt an, das Video zu drehen. Was wir heute drehen werden ist, was passiert, wenn ich mit einer verpackten Shisha, die auch so zu euch rausgehen würde, Fußballspiele, die auf den Tisch fallen lassen, vielleicht auch auf dem Fenster runterfallen lassen würde. Was passiert mit einer Shisha, die verpackt ist? Wie weit können wir damit gehen, bis sie kaputt geht? Bis gleich. So, aus meiner Kiste habe ich jetzt die MIG Minimi V2 rausgeholt. Das ist auch die Pfeife, mit der wir rauchen. Die hat auch ein paar Macken. Das ist jetzt keine neue Pfeife. Die Bohl, die hat auch ein paar Bläschen zu viel. Deswegen wurde die aussortiert. Und die Pfeife ist unser Versuchsobjekt. Und die muss jetzt die ganze Instanz aushalten. Und dann schauen wir weiter. Ja. 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 Wir sind ja alle professionelle Sandmänner da mit dich, wir machen das wirklich schon ziemlich lange, wir haben das gelernt. Was erzählst du jetzt? Wir haben auch schon viel Scheiße erlebt, sagen wir ehrlich, wir haben uns auch schon mal hier und da zwei, drei Haare verloren, keinen Kratzer gehabt, so richtig schlimme Sachen. Ich erzähl' euch jetzt, was passiert ist. Eines Tages! Warte, 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 dieses Messer hat jede arabische oder türkische Familie. 100%ig. Natürlich wir auch. Okay, weiter. So, und jetzt erzähl' ich euch die Geschichte mit Ahmad, was passiert ist. Das war auch alles während der Instanz. Da gab's nen Erdbeben am schiefen Turm von Pisa. Warum ist der schiefen Turm von Pisa schief, das wissen die meisten gar nicht. Eigentlich müssen wir dafür in die Geschichtsbüche eintreten, aber sind wir leider nicht gekommen, weil wir Araber sind. So, man nimmt uns von unser Hack weg. Das Ding ist, es gab nen Erdbeben. Und Ahmad und ich haben da zufälligerweise Urlaub gemacht. Und ich so, ey, Ahmad, guck da, der Schiefen Turm von Pisa, der will. Und dann hat mich das Ding so festgehalten. Der ist da ingerannt, wie ein Löwe. So, da ingerannt, hat das nicht festgehalten. Und dann hab ich geguckt, scheiße. Mit Sekundenkleber, mit Sekundenkleber. Ich hab Sekundenkleber in der Tasche, aber das ist so ne Tube. Dann hab ich da alles zugeklebt, so ein bisschen, damit das wieder so ein bisschen hält am Mauerwerk unten, so ein bisschen dran geklebt. Und der Schiefen Turm von Pisa ist jetzt schief. Ja, nur deswegen eigentlich. Aber trotzdem, der hält. Mit dem super Zeugenkleber. Du hast den richtig gut geklebt. Danke nochmal an unseren Verpacker, der auch für euch die Pfeifen verpackt. Einer von den Jungs. Aber hat der das eigentlich gut gemacht? Ja, jetzt muss man mal gucken. Ich weiß nicht, deswegen frage ich mich. Ach! Scheiße! Das Ding ist mir runtergefallen. Ah, runtergefallen, ne? Hört sich doch gut an. Okay. Ehrlich. Jetzt schießt halt mal. Weißt du, weißt du, was ist alles? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Okay, der Karton ist jetzt schon mal kaputt gegangen, ne? Okay, der Karton ist kaputt, ja. Der Karton ist kaputt, aber! Aus dieser Höhe jetzt runterschmeißen, das kann jeder. Das macht DHL tagtäglich. Die nehmen das Karton und werfen das so rüber. Das ist normal. Ich hab die ja schon mal gesehen. Da ist der Bus. Geh weg da alle. Da ist der Bus unterm Schweifen. So werfen wir das? So werfen wir das. DHL macht keine Scheiße mit uns. So, wir nehmen jetzt den Karton. Man hört nichts. Und hat noch nichts. Also es ist wirklich nichts kaputt gegangen, ja? Aber trotzdem nochmal einen großen Dank an DHL-Mitarbeiter, was die alles schaffen. Ja, klar. Okay, wir wollen uns jetzt nicht zu hoch loben. Aber geht gut mit unseren Paketen um. Es gibt Probleme. So, wir fahren jetzt hoch. Komm mit. So. Wie gesagt, wir sind professionelle Standmänner. Krankenwagen ist schon draußen. Ja, das sind drei Krankenwagen. Nicht nachmachen. Ab 18 lasst die Finger davon. Wir haben sogar extra Maßband. Wir fangen an mit. Ein Meter macht keinen Sinn. Das war ja schon ungefähr. Ein Meter war ja schon. Zwei Meter machen wir jetzt. Wir fangen an mit zwei Meter. Ich fahre jetzt hoch. Und nicht nachmachen. Zwei Meter. Zwei Meter ist aber auch nicht so hoch. Das können wir eigentlich hier im Stehen machen. Zwei Meter einmal. Warte, ich gehe ein Stück nach hinten. Und. Oh, halt mal fest. Ich guck. Aber nur schüttern. Doch, wir wollen ja wissen, ob es kaputt geht. Schüttern her. Hier ist wirklich noch nichts kaputt. Mein Herz. So, jetzt machen wir drei Meter. Drei Meter. Fangen wir auf. Ich habe mal eine Ausbildung als Dachdigger gemacht. Und deswegen macht es mir nichts aus. Also hier ist drei Meter. Hast du fest? Halbfest. Ja, lass los. So, drei Meter. Der hat ja überall abgebrochen. Wer war denn der nicht? Passiert nichts. Doch, die ist kaputt. Die ist kaputt. Wir müssen ehrlicherweise sagen. Hört mal. Das war mal klar, dass die nicht mehr kaputt geht. Drei Meter ist schon heftig. Okay. Die ist bei drei Meter kaputt gegangen. Bei zwei Meter ist sie nicht kaputt gegangen. Alter, lieber THL-Mitarbeiter. Nicht höher als drei Meter schmeißen. Nee, nicht höher als zwei Meter. Nicht höher als zwei Meter. Passt auf. Ja, die ist schon demoliert. Guck mal hier. Oben. Aber ey, die war auch oben die Säule. Man muss ehrlich sagen, die Säule war oben. Die Säule sollte eigentlich unten sein. Aber ist egal. Ja, guck mal. Da sieht man. Ist kaputt. Also THL. Bitte. Bitte THL. Zwei Meter nur. Nicht höher. Nicht mehr als zwei Meter. Ehrlich. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir die Säule auseinander. Aber. Nicht, bitte. Nicht die Minimi. Doch die Minimi. Nein, bitte. Ich rauch doch gerne damit. Ich schwöre. Ich schwöre. Mein Gott. Das ist die ganze Pfeife. Okay, wir nehmen unsere G36. Wir nehmen unsere G36. Die hat schon ein paar mehr Marken drauf. Achso, willst du mir meine Büro Pfeife jetzt wegnehmen? Ja. Nicht die. Das ist meine. Wir nehmen die G36 und machen jetzt mit der G36 den Härtetest. Und schmeißen die aus drei Meter, aus vier Meter, aus fünf Meter. Und dann werden wir sehen, was passiert. Aber die nehmen wir richtig auseinander für euch. Verspreche ich euch. Da gehe ich richtig mit Hass ran, weil das ist nicht meine Pfeife. Das ist meine. Ja, ist mir egal. Okay. Ciao. So, jetzt haben wir die G36. Wie ihr sehen könnt, die hat richtig viele Kratzer und die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ach hier. Ohne Close Chamber. Guck mal, so alt ist sie. Ohne Close Chamber. Wie alt ist sie? Mindestens für fünf Jahre. Okay. Ich fahre jetzt hoch auf drei Meter und lasse die fallen. Okay, ich lasse die jetzt auf drei Meter fallen. Ohhhh! Ha! Aber guck mal, der Teller? Der Teller ist schief geworden. Okay. Warte. Warte nochmal. Ich mach nochmal höher, nochmal höher. Gib mal her. Wir wollen das Ding auseinander nehmen. Also, warte nochmal. Warte nochmal. Ja. Schaut mal einmal den Teller, der hat einmal eine richtige Biege bekommen. Aber sonst? Ansonsten, die Pfeife, die ist noch heiler. Bestimmt irgendwo ein Kratzer nehmen wir gerade nicht. Ja, Kratzer, aber das zeig ich mir ja gleich alles nochmal. Fahr mal höher. Fahr mal höher. Bis gerade nach oben. Das sind locker fünf Meter. Locker fünf Meter. Ich lasse jetzt einmal fallen. Okay, das ist krass. Lass mich mal runter, Hannes. Also, ich hätte gedacht, irgendein Gewindereist vielleicht geht kaputt. Aber guck mal. Warte. Das glaube ich jetzt nicht. Guck mal. Butterweich. Ich schwöre dir, Butterweich. Zeig mal. Guck mal, wie das Gewind da rauskommt. Das quitscht nicht mal, das ist traurig, Alter. Das ist wirklich traurig. Okay, hier. Oha. Oha. Was ist denn hier los? Guckt mal. Aber guck mal, zeig mal hier den Schlag. Aber guck mal hier, die Delle. Krass. Nein, das ist richtig krass, Mann. Wie, das ist nicht tief? Guck mal hier. Der hat den Anschluss berührt, damit er nicht sagt. Aber guck mal, der geht trotzdem ganz leicht raus. Ganz gut, hier. Okay, wir müssen doch einmal vielleicht mit einem LKW drüber fahren oder so. Von wo willst du den LKW auftreiben? Lass uns einfach unseren weißen Bus nehmen. Wir fahren mit unserem weißen Bus einfach mal drüber. Komm. Aber ohne Teller, oder mit Teller? Ohne Teller, weil dann ist ja… Ja, macht keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Ohne Teller. Wir fahren einfach über die Pfeife drüber und gucken, ob das Gewinde immer noch so reibungslos läuft wie jetzt. Während der Arme mit dem Bus holt… Guck dir jetzt mal das Ding hier an, Alter. Während der Arme mit dem Bus holt, kriegt das Ding von mir jetzt auch nochmal einen Härtetest, ohne dass der das weiß. Ich hau das Ding jetzt gegen den Boden. Ich will einfach, dass das Teil kaputt geht. Das fackt mich richtig ab und ich schwöre euch, ich geh da richtig mit Gewalt ran. Und ihr werdet Schäden sehen. Genau an diesem Stein. Damit ihr nicht sagt, du steckst halbherzig kaum. Okay. Ich hab geschafft, dass das Taucher jetzt schief ist. Aber ich bin da auch richtig mit Hass reingegangen. Guckt euch das Ding mal von hier oben an. Ich hab das Ding wirklich auseinander genommen. Schaut euch den Stein hier an, damit ihr nicht sagt, ich hab halbherzig draufgeschlagen. Ich hab das wirklich mit Hass draufgeschlagen. Das Taucher ist etwas schief. Ich schraub es jetzt wieder richtig rein. Und es ist wieder fast gerade. Der Schliff passt immer noch perfekt. Der Teller sieht richtig hässlich aus, die Säule sieht richtig hässlich aus. Aber das Ding hält einiges aus, ehrlich. Und der Arme ist auch schon da. Hast du jetzt wirklich dagegen gehabt? Ja, gut doch. Okay. Halt mal kurz. Ja. Ja gut, das hakt ein bisschen. Ja, ist ja noch mal. Aber es lässt sich noch drehen. Vor allem das Taucher geht noch rein. So. Wir fahren jetzt mit dem Bus über diese Rauchsäule. Ich platziere einfach hier und sage mir links, rechts, links, rechts. Autos so machen. Ich mache so. Aber... Unfall. So, komm! Komm, 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 komm! Warte, warte! Lass doch mal, lass doch mal, lass doch mal! Oh, guck mal, wir sind schon richtig geschehen dran. Das muss man ehrlich sagen. Aber das Ding lebt doch! Das Ding lebt doch! Wir tun euch jetzt mal direkt da dran. Und der soll aber mit dem Reifen drauf nur. Fahr mal noch ein bisschen! Fahr, 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 fahr! Stopp! Stopp! Lenk mal! Abo! Wieder, wieder drauf, drauf! Lenken! Nein, nein, nein! Nein! Guckt euch das Ding mal an! Haben wir doch das Ding auseinandergenommen! Was passiert? Guck mal! Gehen die noch ab? Ja, die gehen noch nochmal ab! Zeig mal! Aber ich hoffe, die Anschlüsse hat ja nicht berührt. Aber guck dir mal die Base ab, was passiert ist! Aber wo ist verheiratet? Guck mal, das geht immer noch! Aber guck mal hier, die Pfeife, die ist richtig demoliert! Da! Da! Hier! Weißt du, was wir jetzt machen? Ja! Wir gucken, ob die noch dicht ist, wir rauchen damit! Wir rauchen damit! Wir rauchen jetzt damit! Ja, komm, okay! Und, was macht die Pfeife? Die schmeckt immer noch! Die raucht auch! Das hört sich auch alles ganz normal an! Ja! Ziehen wir nochmal! Ich drehe mal die Pfeife hier um! Guck mal! Das ist auch wirklich die Pfeife, die wir die ganze Zeit benutzt haben! Hier sieht ihr jetzt auch nochmal eine Rauchsäule! Und spätestens am Teller! Ja! Das Taucher ist auch immer noch ein bisschen schief, sieht man! Mit dem Glas! Was sollen wir mit der Pfeife machen? Ganz ehrlich? Wir verlosen die! Wir verlosen die an unsere YouTube! Was wollen die damit? Was wollen die damit machen? Was wollen die mit so einer kaputten Pfeife? Digga, die sollen sehen, dass das Ding echt ist! Die muss bei uns ins Museum rein! Die müssen sehen, dass hier nichts gespielt ist! Die sollen selber damit rauchen! Oder beziehungsweise einer von euch hat das Glück! Mit der Pfeife später zu rauchen! Und zu sehen, dass das Ding wirklich robust ist! Ja, du versteck einfach meine Sachen! Ja! Mach ich auch! Das Ding wird verlost! Die Teilnahmebedingungen kommen gleich nochmal als Bild eingeblendet! Das ist ein geiles Ding! Glaub mir! Das ist ein Einziges! Ich würde gerne damit rauchen! Aber was soll die damit machen? Rauchen! Nein! Die müssen bei uns ins Museum rein! Nein! Wir verlosen die! Ich hab's schon beschlossen! Das beschlossen ist auch gerade! Hey Alter! Ohne Scheiße! Deswegen wird's verlost! Ich bezahl die Pfeife! Und ich verlos sie an euch! Dann wird die Pfeife... Dann wird die Strafe doppelt so hoch auskommen! Ja, okay! Will ich auch mit einverstanden! So! An der Stelle sind wir raus! Viel Erfolg euch bei dem Gewinnspiel! Nicht vergessen! Teilnehmen! Am geilsten wäre natürlich auch noch, wenn ihr uns subscriben würdet! Nein, uns folgen würdet! Wir sind zu euch dann raus! Ciao! Und bis zum nächsten Video!